Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier Spargen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach genau? Das Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreichter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klambe hält! Jahrelang hat das Militärmalag so ihn nur behindert! Es hat mich jeden nur als Wisspicken... Widerstand! Ich habe mich geleckt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus mich gestellt! Ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut verraten! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Doch es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich, der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Die Kugel! Untertitelung des ZDF, 2020